Woher kommst du? Nereli Sinnes Ich bin Amerikaner. Amerikallium Ich komme aus England. Ich komme aus England. Ich komme aus England. Was sollen wir morgen tun? Was sollen wir morgen tun? Wir sollten unbedingt zum Spiel kommen. Wir sollten unbedingt zum Spiel kommen. Was sollen wir morgen tun? Wir sollten unbedingt zur Party gehen. Wir sollten unbedingt zur Party gehen. Was sollen wir morgen tun? Was sollen wir morgen tun? Ist dein Onkel gekommen? Am Jan. 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 Kenan Sie mich? Kenan Sie mich? Beni tanıyormuşsun. Ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Seni tanımıyorum. Jeder kennt dich. Jeder kennt dich. Herkes seni tanış. Ich kenne dich sehr gut. Ich kenne dich sehr gut. Seni çok iyi tanıyorum. Wird es Ihnen nach dieser Behandlung besser gehen? Wird es Ihnen nach dieser Behandlung besser gehen? Ja. Ja. Mit den Medikamenten, die ich nehme, komme ich zurecht. Ja, mit den Medikamenten, die ich nehme, komme ich zurecht. EWET KULANDUM ILEIT SCHMALLE IOLAGEIM Mein Arzt sagte, die Behandlung würde funktionieren. Mein Arzt sagte, die Behandlung würde funktionieren. Doktorum, tedavinin işe yarayacağını söyledi. Wie sah der Mann aus? Wie sah der Mann aus? Gelen adam nasıl görünüyordu? Der Mann war sehr besorgt. Adam çok endişeliydi. Der Mann war sehr wütend. Adam çok kızgındı. Was machst du in deiner Freizeit? Was machst du in deiner Freizeit? Boş zamanırın da ne yaparsın. Ich lese Bücher. Ich lese Bücher. Kitab okurum. Ich schaue Filme. Ich schaue Filme. Film iz ledim. Ich höre Musik. Ich höre Musik. Musik. Musik wie in ledim. Ich mache Hausarbeit. Ich mache Hausarbeit. Evişşi öpörüm. Haben Sie dieses Buch schon einmal gelesen? Haben Sie dieses Buch schon einmal gelesen? Şukitabı daha önce okudunuzmu. Nein. Ich habe es noch nie gelesen. Nein. Ich habe es noch nie gelesen. Hayır daha önce okumadım. Ich habe es vor 5 Jahren gelesen. Ich habe es vor 5 Jahren gelesen. Beşil önce okumuştum. İst dieser Bleistift blau? İst dieser Bleistift blau? Bu kalem mavi mi? Ja. Auch dunkelblau. Ja. Auch dunkelblau. Evet. Hem de koyu mavi. Nein. Dieser Stift hat die Farbe gelb. Nein. Dieser Stift hat die Farbe gelb. Hayır. Bu kalem sarı renkt ediş. Wie viel Gehalt verdienen Sie ungefähr? Wie viel Gehalt verdienen Sie ungefähr? Yaklaşık olarak kaç Dollar marşalıyorsun? Ich verdiene 1.000 Dollar pro Monat. Ich verdiene 1.000 Dollar pro Monat. Eu lükbindolar kazanıyorum. Ich verdiene 200 Dollar pro Woche. Ich verdiene 200 Dollar pro Woche. Haftalık 200 Dollar kazanıyorum. Was ist dein Lieblingsgetränk? Was ist dein Lieblingsgetränk? Ein sevdiğin içecek hangisidir? Ich mag es Wasser zu trinken. Ich mag es Wasser zu trinken. Su iç mi severem. Ich liebe Fruchtsäfte. Ich liebe Fruchtsäfte. Meyvesullerini çok severim. Wer ist an der Reihe? Wer ist an der Reihe? Şimdi kimin sıra sı. Ich denke, ich bin an der Reihe. Ich denke, ich bin an der Reihe. Sanırım sıra bana geldi. Jetzt ist mein Bruder an der Reihe. Jetzt ist mein Bruder an der Reihe. Surakal desimde. Mit wem werden wir an diesem Projekt zusammenarbeiten? Mit wem werden wir an diesem Projekt zusammenarbeiten? Bu proje de kiminle tjelusha jels. Nur unser Team wird an diesem Projekt arbeiten. Nur unser Team wird an diesem Projekt arbeiten. Bu proje de sadece bizim ekip çalışacak. Ich arbeite mit Michael an diesem Projekt. Ich arbeite mit Michael an diesem Projekt. Bu proje de Michael ile çalışıyorum. Spreche ich zu laut? Spreche ich zu laut? Çok yüksek ses ile mi konuşuyorum. Nein, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Hayır benze öle değil. Ja, du schreist viel. Ja, du schreist viel. Evet, çok bağırıyorsun. Gibt es weitere probleme, die überprüft werden müssen? Gibt es weitere probleme, die überprüft werden müssen? Kontroll edilmesi gereken başka konu var mıdır? Die Datenbankverbindung sollte überprüft werden. Die Datenbankverbindung sollte überprüft werden. Database bağlantısı kontrol edilmeli. Server müssen überprüft werden. Server müssen überprüft werden. Serverlerin kontrol edilmesi gerekiyor. ist der Name ihres Bruders Michael? Ist der Name ihres Bruders Michael? Ist der Name ihres Bruders Michael? Nein, der Name meines Bruders ist Tom. Hayır, abimim adı Tom dur. Haben Sie schon einmal ein Auto gekauft? Haben Sie schon einmal ein Auto gekauft? Daha önce araba almış mıydın? Obwohl ich Geld habe, kaufe ich kein Auto. Param ol mısın ar amen araba al mam? Ich möchte kein Auto kaufen. Ich möchte kein Auto kaufen. Araba almak istemiyorum. Bist du alleine zur Party gekommen? Bist du alleine zur Party gekommen? Partiye yalnız mı geldin? Ja, ich bin alleine gekommen. Ja, ich bin alleine gekommen. Evet, yalnız geldim. Nein, ich bin mit zwei Freunden gekommen. Nein, ich bin mit zwei Freunden gekommen. Hayır, iki arkadaşımla geldim. Wie heißt du? Wie heißt du? Adınız nedir? Ich heiße Michael. Ich heiße Michael. Binim adım Michael. Ich bin Michael. Ich bin Michael. Ben Michael. In welchem Jahrhundert wäre es sehr interessant zu leben? In welchem Jahrhundert wäre es sehr interessant zu leben? Hangi yüzyılda yaşamak çok ilginç olabilirdi? Ich möchte im 30. Jahrhundert leben. Ich möchte im 30. Jahrhundert leben. Otuzuncu yüzyılda yaşamak isteldim. Ich kann heute nicht an der Sitzung teilnehmen. Hast du irgendetwas zu sagen? Ich kann heute nicht an der Sitzung teilnehmen. Hast du irgendetwas zu sagen? Bugün toplantıya katılamayacağım. Söyleyeceğin bir şey var mı? Warum machst du nicht mit? Warum machst du nicht mit? Nedanketel Mürsün. Feil. Danke für die Information. Feil. Danke für die Information. Ok. Bilgi için teşekkürler. Hast du morgen eine Prüfung? Hast du morgen eine Prüfung? Yarın sınavın var mı? Ja. Ich habe morgen eine Mathe Prüfung. Ja. Ich habe morgen eine Mathe Prüfung. Evet, yarın Mathematik-Sınavım var. Nein. Ich habe keine Prüfungen. Nein. Ich habe keine Prüfungen. Hayır, hiç Sınavım yok. Möchten Sie etwas trinken? Möchten Sie etwas trinken? İçecek bir şey alır mısınız? Kann ich eine Tasse Tee haben? Kann ich eine Tasse Tee haben? Bir bardak çay alabilir miyim. Können wir drei Tassen Tee haben? Können wir drei Tassen Tee haben? Üç bardak çay alabilir miyim. Wie sehe ich aus? Wie sehe ich aus? Wie sehe ich aus? Du siehst nicht so gut aus. Du siehst nicht so gut aus. Çok iyi görünmüyorsun. Du siehst sehr schön aus. Du siehst sehr schön aus. Çok güzel görünmüyorsun. Gibt es noch etwas zum Lernen hinzuzufügen? Gibt es noch etwas zum Lernen hinzuzufügen? Es ist notwendig, sich mit den System Teams für das Projekt zu treffen. Es ist notwendig, sich mit den System Teams für das Projekt zu treffen. Es ist notwendig, sich mit den System Teams für das Projekt zu treffen. Es ist notwendig, sich mit den System Teams für das Projekt zu treffen. Es ist notwendig, sich mit den System Teams zu treffen. которое sehten will ihr nicht so gut aus. Wie viele Personen werden an diesem Treffen teilnehmen? 20 Personen werden teilnehmen 20 Personen werden teilnehmen Es werden nur du und ich sein Es werden nur du und ich sein Was machte Tommy in der Schule? Tommy Okulda Neyepölde Er spielte ball im garten Er spielte ball im garten Bahçede top oynuyordu Er lernte im unterricht Er lernte im unterricht Sınıfta ders çalışıyordu Wie heißt deine Mutter? Wie heißt deine Mutter? Anneni sin adı nedir? Der Name meiner Mutter ist Mary Der Name meiner Mutter ist Mary Annenin adı Mary'dir Ich kenne den Namen meiner Mutter nicht Ich kenne den Namen meiner Mutter nicht Annenin adını bilmiyorum Wie ist das Wetter in Istanbul? Wie ist das Wetter in Istanbul? Istanbulun hava nasil Das Wetter in Istanbul ist sehr heiß Das Wetter in Istanbul ist sehr heiß Istanbul da havalar çok sıcak In Istanbul wird es regnen In Istanbul wird es regnen Istanbul'da yağmur yağacak Müssen sie diesen Job machen? Müssen sie diesen Job machen? Bu işi yapman gerekt yormu? Dieses Thema ist Teil meines Jobs Dieses Thema ist Teil meines Jobs Bu konu işi min bir parçası? Ich habe nicht vor, es zu tun Ich habe nicht vor, es zu tun Yapmeyi düşünmüyorum Bist du ein Ingenieur? Bist du ein Ingenieur? Sen bil mühendis missen Ja, ich bin Ingenieur mit fünf Jahren Erfahrung Ja, ich bin Ingenieur mit fünf Jahren Erfahrung Evet, beş yıllık bir mühendisim Nein, ich bin kein Ingenieur Nein, ich bin kein Ingenieur Hayır, ben mühendis değilim Von welcher Firma sind Sie? Von welcher Firma sind Sie? Hangi Şirket için çalışıyorsun? Ich arbeite in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ich arbeite in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Bir muhasebe firmes sind de çalışıyorum Ich bin Frachtarbeiter in einem E-Commerce Unternehmen Ich bin Frachtarbeiter in einem E-Commerce Unternehmen Bir e-Ticaret-Şirketin de Cargo çalışanayım Wer hat dir geholfen? Wer hat dir geholfen? Kimler sana yardım etti? Niemand außer Michael wollte helfen Michael dışında kimse yardımcı olmak istemedi Alle kamen, um mir zu helfen Alle kamen, um mir zu helfen Her şey yardımcı olmak için yanıma geldi Werden Sie pünktlich im Büro sein? Werden Sie pünktlich im Büro sein? Zamanında ofiste olacak müssen Ja, ich werde pünktlich im Büro sein Ja, ich werde pünktlich im Büro sein Evet, tam zamanında ofiste olacağım Vielleicht bin ich etwas spät dran Vielleicht bin ich etwas spät dran Biraz gejikebilirim Ich komme 10 Minuten zu spät Ich komme 10 Minuten zu spät Und akka geç kalajam Wie möchten Sie zahlen? Wie möchten Sie zahlen? Nussal ödemek ist er sinis Sie müssen im Voraus bezahlen Sie müssen im Voraus bezahlen Pişin ödemeniz gerekiyor Sie können mit Kreditkarte bezahlen Sie können mit Kreditkarte bezahlen Kreditkarte kullanarak ödeyebilirsiniz Du bist endlich angekommen Warum bist du zu spät? Du bist endlich angekommen Warum bist du zu spät? Nihayet geldin, nedan geç kaldin Ich musste bis zum Morgen Ich musste bis zum Morgen arbeiten Ich musste bis zum Morgen arbeiten Sabaha kadar çalışmak zorunda idem Ich bin noch nicht zu spät Ich bin noch nicht zu spät Ich bin noch nicht zu spät Çok geç kalmadım Hast du für die Prüfung gelernt? Hast du für die Prüfung gelernt? Sınava çalıştın mı? Eigentlich habe ich studiert Aber andererseits gibt es viele Probleme Eigentlich habe ich studiert Aber andererseits gibt es viele Probleme Çalıştım aslında ama diğer taraftan çok konu var Ich habe es versucht Aber die Themen sind sehr problematisch Ich habe es versucht Aber die Themen sind sehr problematisch Çalıştım ama çok problemli konular Wirst du dieses Buch lesen? Wirst du dieses Buch lesen? Bukitabu okil jak mussen Ich habe noch viel zu tun Aber ich werde trotzdem mit dem Lesen beginnen Ich habe noch viel zu tun Aber ich werde trotzdem mit dem Lesen beginnen Çok işim var ama yine de okumaya başlayacağım Wie läuft Tommys Urlaub? Wie läuft Tommys Urlaub? Tommy'nin Tatil'i nasıl gidiyor? Sieht so aus, als ob Tommy sich nicht so wohl fühlt Sieht so aus, als ob Tommy sich nicht so wohl fühlt Görünüşe göre Tommy çok rahat değil Es läuft großartig Es läuft großartig Harika gidiyor Kann ihr Team diesen Job machen? Kann ihr Team diesen Job machen? Ekibin bu işi yapabilir mi? Mein Team wird dies in kürzester Zeit abschließen Mein Team wird dies in kürzester Zeit abschließen Ekibim bu nun çok kısa sürede tamamlanış Das müssen Sie nicht einmal fragen Das müssen Sie nicht einmal fragen Das müssen Sie nicht einmal fragen Bunu sor mana bile gerek yok Was haben Sie heute vor? Was haben Sie heute vor? Bugün ne yap me yap planlıyorsun Ich werde heute ein Picknick machen Ich werde heute ein Picknick machen Bugün Picknick yapacağım Ich werde zusammen Ich werde zur Schule gehen Ich werde zur Schule gehen Ich werde zur Schule gehen Okulagi ded Chanel Wurde unser Termin mit dem Kunden bestätigt? Wurde unser Termin mit dem Kunden bestätigt? Möchte ich die Randevus-Sait-Missionen? Ja, ich habe gesprochen und wir haben den genauen Zeitpunkt für diese Angelegenheit festgelegt. Möchte ich die Randevus-Sait-Missionen? Möchten Sie etwas trinken? Möchten Sie etwas trinken? Möchte ich die Randevus-Sait-Missionen? Möchten Sie etwas trinken? Ja, ich kann eins haben. Evet, bir tane alabilirim. Nein, ich nehme medikamente. Hayır, ilaç kullanıyorum. Was ist dein Lieblings Obst? Ich liebe Apfel sehr. El Meil çok severim. Ich liebe Erdbeeren sehr. Ich liebe Erdbeeren sehr. Çileyi çok severim. Kommst du zum Endspiel? Kommst du zum Endspiel? Final Moczu ne gidecek misin? Ich kann nicht gehen, weil ich kein Ticket habe. Ich kann nicht gehen, weil ich kein Ticket habe. Biletim olmadığı için gidemeyeceğim. Wenn ich fertig bin, werde ich versuchen zu gehen. Wenn ich fertig bin, werde ich versuchen zu gehen. Eğer ich ihm biterse, gitmeye çalışacağım. Was für ein Mann war Michael? Was für ein Mann war Michael? Michael nasıl bir adamdı? Er war ein sehr guter Mann. Er war ein sehr guter Mann. O çok iyi bir adamdı. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wer kam mit dem Flugzeug? Wer kam mit dem Flugzeug? Kimler geldi uçakla? Ich bin hier. Außerdem kamen zwei Kinder aus meiner Klasse. Ich bin hier. Außerdem kamen zwei Kinder aus meiner Klasse. Ben geldim. Ayrıca sınıfımdan iki çocuk geldi. Nur ich kam. Nur ich kam. Sadece ben geldim. Haben Sie hier schon einmal ein Auto gekauft? Haben Sie hier schon einmal ein Auto gekauft? Doha ön je buradan araba aldın mı? Das hatte ich noch nie zuvor. Das hatte ich noch nie zuvor. Doha ön je bundan al midem. Ich habe hier mein letztes Auto gekauft. Ich habe hier mein letztes Auto gekauft. Son arabamı buradan almıştım. Was stand in der Datei in der E-Mail? Was stand in der Datei in der E-Mail? Mi il deki dosyada ne lehrmol de? Ich habe die Verkaufszahlen hinzugefügt. Ich habe die Verkaufszahlen hinzugefügt. Sötü schrakan merene ekle mischtim. Die Haushaltszahlen für das nächste Jahr. Die Haushaltszahlen für das nächste Jahr. Gelecek senenin bütçe rakamları. Weißt du wie man fährt? Weißt du wie man fährt? Ja. Ich kann fahren. Ich fahre seit fünf Jahren Auto. Ja. Ich kann fahren. Ich fahre seit fünf Jahren Auto. Evet, sürmeyi biliyorum. Beşildan beri araba sürüyorum. Nein. Ich weiß nicht, wie man fährt. Nein. Ich weiß nicht, wie man fährt. Hayır, araba sürmeyi bilmiyorum. Müssen wir diese Schulung absolvieren? Müssen wir diese Schulung absolvieren? Bu eğitimi almak zorunda miyes. Mein Vorgesetzter sagte, es sei eine Pflichtschulung. Mein Vorgesetzter sagte, es sei eine Pflichtschulung. Müdürüm zorunnu bi eğitim oldunu söhlede. Es scheint nicht notwendig zu sein. Aber es ist besser, wenn sie mitmachen. Es scheint nicht notwendig zu sein. Aber es ist besser, wenn sie mitmachen. Willst du Matheunterricht nehmen? Willst du Matheunterricht nehmen? Mathematik-Dersine girecek müssen. Nein, ich werde zur gleichen Zeit eine weitere Prüfung haben. Nein, ich werde zur gleichen Zeit eine weitere Prüfung haben. Hayır, eine Saatte bir başka Sınavim olacak. Ja, ich muss diese Prüfung ablegen. Evet, bu Sınava girmem gerekiyor. Wie viele Sprachen sprichst du? Wie viele Sprachen sprichst du? Kaç Dil konuşabiliyorsun? Ich kann nur Deutsch sprechen. Ich kann nur Deutsch sprechen. Sadece Almanca konuşabiliyorum. Ich kann Englisch und Deutsch sprechen. Ich kann Englisch und Deutsch sprechen. Ich kann Englisch und Deutsch sprechen. Kann ich das kaufen? Kann ich das kaufen? Kann ich das kaufen? Kann ich das kaufen? Malesef, bu daha önce satilde. Klar, du kannst es haben. Klar, du kannst es haben. Tabi, Allah bilir sinnes. Was hast du gemacht, als dein Vater kam? Was hast du gemacht, als dein Vater kam? Baban gerdin der ne yapıyordun. Ich studierte, als mein Vater kam. Ich studierte, als mein Vater kam. Babam gerdin der ne yapıyordun. Ich habe geschlafen, als mein Vater kam. Ich habe geschlafen, als mein Vater kam. Babam geldiğinde uyuyordum. Darf es sonst noch etwas sein? Darf es sonst noch etwas sein? Nein, ich möchte nicht. Nein, ich möchte nicht. Ja, kann ich etwas Tee haben? Ja, kann ich etwas Tee haben? Evet, bir çay alabilir miyim. Ja, kann ich etwas Wasser haben? Ja, kann ich etwas Wasser haben? Evet, bir çay alabilir miyim. Haben Sie Ihre Sicherheitssoftware aktualisiert? Haben Sie Ihre Sicherheitssoftware aktualisiert? Güvenikir sülümüne güncayledin mi? Ja, ich habe es aktualisiert. Ja, ich habe es aktualisiert. Evet, güncayledim. Nein, ich habe es noch nicht aktualisiert. Nein, ich habe es noch nicht aktualisiert. Hayır, henüz güncayle medim. Welche Farbe findest du schöner? Welche Farbe findest du schöner? Sizce heungirink daha güzel. Ich liebe Blauseer. Ich liebe Blauseer. Ich liebe Blau, aber meine Tochter liebt Rosa. Ich liebe Blau, aber meine Tochter liebt Rosa. Ben mavii seviorum ama kesümpen beis sevior. Wann beginnen wir mit dem Treffen? Wann beginnen wir mit dem Treffen? To plantir ne zaman başlıyoruz. Wir beginnen in 30 Minuten. Wir beginnen in 30 Minuten. 30 Minuten. 30 Minuten sonra başlıyoruz. Das Treffen wurde abgesagt. Das Treffen wurde abgesagt. Toplante ibtail oldu. Welche Wörter hast du heute gelernt? Welche Wörter hast du heute gelernt? Bugün hangi kilimelere örenden. Heute habe ich die Wörter. Heute habe ich die Wörter Fokus und Spezifisch gelernt. Bugün oder Klammer wer belirli kilimelerini örenden. Ich habe heute kein neues Wort gelernt. Ich habe heute kein neues Wort gelernt. Bugün jene bir kelime örenden. Haben Sie irgendwelche Fragen? Haben Sie irgendwelche Fragen? Suronoswarme Vielen Dank für die von Ihnen bereitgestellten Informationen. Vielen Dank für die von Ihnen bereitgestellten Informationen. Anlattığınız bilgiler için teşekkürler. Ist das Treffen vorbei? Toplantı bitti mi? Was ist das Problem? Problem nedir. Ich habe meinen Flug verpasst. Uçalımı kılçalım. Ich habe mein Geld verloren. Ich habe mein Geld verloren. Parmakay bitti mi? Sind Sie verheiratet? Sind Sie verheiratet? Evli misciniz? Ja, ich bin verheiratet. Ja, ich bin verheiratet. Evet, evliim. Nein, ich bin single. Nein, ich bin single. Hayır, bekörem. Wie gehst du zur Schule? Wie gehst du zur Schule? Okula nasıl gidiyorsun? Ich fahre mit dem taksi zur Schule. Ich fahre mit dem taksi zur Schule. Okula taksi ile gidiyorum. Manchmal fahre ich mit dem bus zur Schule. Manchmal fahre ich mit dem bus zur Schule. Bazen otobüsle okula giderim. Was steht auf diesem Papier? Was steht auf diesem Papier? Bukyat tanesyor. Ich habe meine Englisch Notizen gemacht. Ich habe meine Englisch Notizen gemacht. Ingilis je notlerim almischtem. Das Notizbuch meines Sohnes. Das Notizbuch meines Sohnes. Olumun not defteri. Welches ist das beste Kaffee in dieser Stadt? Welches ist das beste Kaffee in dieser Stadt? Bukyat tanesyor. Das Kaffee Lisa in Texim ist sehr gut. Das Kaffee Lisa in Texim ist sehr gut. Taksim deki Kaffee Lisa chok idisch. Hier in meiner Straße gibt es ein sehr gutes Kaffee. Hier in meiner Straße gibt es ein sehr gutes Kaffee. Burada benim Sohkam da chok iyi bir Kaffee war. Mit wem möchten Sie sprechen? Mit wem möchten Sie sprechen? Kiminle konuşmak istersin? Ich werde mit niemandem außer dir reden. Ich werde mit niemandem außer dir reden. Sen hariç kimseyle konuşmayacağım? Ich möchte jetzt mit niemandem reden. Ich möchte jetzt mit niemandem reden. Şimdi kimseyle konuşmak istemiyorum. Hast du geschwister? Hast du geschwister? Ja, ich habe zwei Brüder und drei Schwestern. Ja, ich habe zwei Brüder und drei Schwestern. EWET IKI ALKEK, ÜCHKESKARDIŞIM WAR Ich habe nur drei ältere Brüder. Ich habe nur drei ältere Brüder. SÄDGE UCHO BIMWASH Ich habe keine Geschwister. Ich habe keine Geschwister. HICHKERDIŞIM YOK Mit wem gehen wir ins Kino? Mit wem gehen wir ins Kino? SÄDGE UCHO BIMWASH Ich werde ins Kino kommen. Mein Bruder wird auch kommen. Ich werde ins Kino kommen. Mein Bruder wird auch kommen. SÄDGE UCHO BIMWASH Sinemaya ben geleceğim. Ayrıca abim de gelecek. Ich werde ins Kino kommen. Aber mein Bruder wird nicht kommen. Ich werde ins Kino kommen. Aber mein Bruder wird nicht kommen. SÄDGE UCHO BIMWASH Wie viele Tage hat Michael frei? Wie viele Tage hat Michael frei? Michel Kotschgün Isinle Michael ist nicht im Urlaub. Michael ist nicht im Urlaub. Er wird noch fünf Tage Urlaub nehmen. Er wird noch fünf Tage Urlaub nehmen. Beş gün daha izin kullanacak. Wie werden Sie diese Situation lösen? Ich versuche zu lernen, wie ich diese Situation beheben kann. Ich versuche zu lernen, wie ich diese Situation beheben kann. Bu durumu nasıl düzeytecimi öğrenme çalışıyorum. Werden Ihre Kollegen zu ihrer Hochzeit kommen? Werden Ihre Kollegen zu ihrer Hochzeit kommen? Ich arkadaşlarında düğününe gelecek mi? Ja, zehn meiner Freunde werden kommen. Ja, zehn meiner Freunde werden kommen. Evet, on arkadaşım gelecek. Ich schätze, sie werden nicht kommen können. Ich schätze, sie werden nicht kommen können. Sanırı gelemeyecekler. Warum hast du die Prüfung nicht bestanden? Warum hast du die Prüfung nicht bestanden? Neden sınavı geçemedin? Ich konnte nicht hart arbeiten. Ich konnte nicht hart arbeiten. Ich habe es versucht, konnte es aber nicht. Ich habe es versucht, konnte es aber nicht. Ich habe es nicht zur Prüfung geschafft. Ich habe es nicht zur Prüfung geschafft. Sınavı yetişe medim. Wie lautet deine E-Mail-Adresse? Wie lautet deine E-Mail-Adresse? E-Mail-Adresse niz nedir. Meine E-Mail-Adresse lautet teachinglang-at-email.com Meine E-Mail-Adresse lautet teachinglang-at-email.com Benim E-Mail-Adresse ist teachinglang-at-email.com Wie viel kostet es? Wie viel kostet es? Bunun vierte Nekadasch 30 Dollar 30 Dollar 30 Dollar 30 Dollar 30 Dollar Alles für 20 Lira Alles für 20 Lira Alles für 20 Lira Hebsi Yirmi Lira Was ist das? Was ist das? Bunedisch Das ist ein Tasche Das ist ein Tasche Bu bir çanta'dır Das ist ein Tasche Das ist ein Tasche Bu bir massa Das ist ein altes Auto Das ist ein altes Auto Bu eski bir arabe'dır Was ist das Problem? Was ist das Problem? Was ist das Problem? Sorun nedir Eigentlich gibt es kein Problem Eigentlich gibt es kein Problem Ösländer bir Problem yok Das Problem ist, dass uns die Ressourcen fehlen Das Problem ist, dass uns die Ressourcen fehlen Sorun kayna keksi miswash Habe ich es richtig verstanden? Habe ich es richtig verstanden? Doro ane mischmim Ja, wir machen so weiter, wie sie es gesagt haben Ja, wir machen so weiter, wie sie es gesagt haben Evet Die Dien gibi devam edeceğiz Nein Eigentlich ist es nicht ganz so Nein Eigentlich ist es nicht ganz so Hayır Aslında tam olarak böyle değil In welcher Klasse bist du? 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 Hangi sinuftasen Ich bin in der Vorbereitungsklasse 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 Kann man ein Auto reparieren? Kann man ein Auto reparieren? Araba tamir edebilir misin? Ich kann Fahrräder reparieren Ich kann Fahrräder reparieren Ich kann Fahrräder reparieren Ben Bicyclep tamir edebilirim Ich habe noch nie ein Auto repariert Ich habe noch nie ein Auto repariert Daha önce Araba tamir etmedim Wie kannst du so schnell laufen? Wie kannst du so schnell laufen? Nasıl bu kadar hızlı koşabiliyorsun? Weil ich hart arbeite Weil ich hart arbeite Tünke çok çalışıyorum Eigentlich bin ich nicht sehr schnell Eigentlich bin ich nicht sehr schnell Osländer çok hızlı değilim Glaubst du, dieses Kleid steht mir? Glaubst du, dieses Kleid steht mir? Sizce bu Elbise bana yakışır mı? Ich bin mir sicher, dass es ihnen sehr gut stehen wird Ich bin mir sicher, dass es ihnen sehr gut stehen wird Sana çok yakışırcağından eminim Es lässt sie ein wenig übergewichtig aussehen Es lässt sie ein wenig übergewichtig aussehen Bu seni biraz kilolu göstermiş Sollen wir dieser Anwendung einen Namen geben? Sollen wir dieser Anwendung einen Namen geben? Bu uygulamaya bi isim verelim mi? Ja Ich denke, es könnte Mercury sein Ja Ich denke, es könnte Mercury sein Evet, bence Mercury olabilir Evet Sanada uyarsa Protex diyelim Wer kam? Wer kam nach deinem Vater nach Hause? Wer kam nach deinem Vater nach Hause? Ewe Baban dan sonra kim gelde? Danach kam Abi. Danach kam Abi. Ondan sonra Abi gelde. Mein Bruder kam gleich danach. Mein Bruder kam gleich danach. Hemen sonra kardeşim gelde. Dat Esen ist die schüchterne Einheit. Dat Esen ist die schüchterne Einheit. Dad Esen utan gatsch birimidir. Ja, er ist sehr schüchtern. Ja, er ist sehr schüchtern. Evet, çok utan gatsch dir. Nein, er ist sehr schamlos. Nein, er ist sehr schamlos. Hayır, çok utan mazdır. Wir wollen ins Kino gehen. Aber welchen Film sollen wir sehen? Wir wollen ins Kino gehen. Aber welchen Film sollen wir sehen? Ich kann Matrix 3 empfehlen. Ich kann Matrix 3 empfehlen. Matrix 3'ü önerebilirim. Ich kann den Film Sweet November empfehlen. Ich kann den Film Sweet November empfehlen. Sweet November filmine öneribilirim. Was ist das für ein Papier? Es ist Teil meines Physiknotizbuches. Es ist Teil meines Physiknotizbuches. Physiknotizbuches ist Teil meines 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 Phys Lassen Sie das Haus. Seit kaçtah evden çıkacak'ssen. Ich werde warten, bis du kommst. Ich werde warten, bis du kommst. Sen gelene kadar beklejeceğim. Ich werde um 10 Uhr abends abreisen. Ich werde um 10 Uhr abends abreisen. Aksham saat onda çıkacağım. Wie lange wirst du arbeiten? Wie lange wirst du arbeiten? Ne zamana kadar çalışacak'ssen. Ich werde bis zum Morgen arbeiten. Ich werde bis zum Morgen arbeiten. Sabaha kadar çalışacağım. Ich werde bis 6 Uhr morgens arbeiten. Ich werde bis 6 Uhr morgens arbeiten. Sabaha kadar çalışacağım. Wie ist das Wetter in Paris? Wie ist das Wetter in Paris? Paris' Téhova n'ossil. Das Wetter in Paris ist sehr kalt. Das Wetter in Paris ist sehr kalt. Paris' Téhova l'ar chok sok. Ich weiß im Moment nicht wie. Ich weiß im Moment nicht wie. Ich weiß im Moment nicht wie. Ich ging zu meinem Bruder. Ich ging zu meinem Bruder. mit wem wirst du in den Urlaub fahren? Mit wem wirst du in den Urlaub fahren? Ich werde mit meinem Kollegen in den Urlaub fahren. Ich werde mit meinem Kollegen in den Urlaub fahren. Ich werde mit meiner Freundin in den Urlaub fahren. Ich werde mit meiner Freundin in den Urlaub fahren. Können wir ein günstigeres Fahrzeug finden? Können wir ein günstigeres Fahrzeug finden? Wir können nichts günstigeres finden. Wir können nichts günstigeres finden. Ich habe meinen Freund angerufen. Ich warte auf einen Preis. Ich habe meinen Freund angerufen. Ich warte auf einen Preis. Ich habe meinen Freund. Ich habe meinen Freund. Ich habe einen Preis. Ich habe einen Preis. Ich habe einen Preis. Wie viel Geld verdienst du im Monat? Wie viel Geld verdienst du im Monat? Ich habe einen Preis. Ich verdiene ein Tausend Dollar pro Monat. Ich verdiene ein Tausend Dollar pro Monat. Wie lange studieren Sie schon Physik? Ne zamandan beri Physik çalışıyorsun? Ich arbeite seit fünf Jahren. Beşildan beri çalışıyorum. Dieses Jahr ist mein viertes Jahr. Bu sene dördüncü Yılım. Wie war das Konzert gestern Abend? Wie war das Konzert gestern Abend? Dün akşam konser nasıl geçti? Das Konzert verlief sehr gut. Das Konzert verlief sehr gut. Konser çok iyi geçti. Das gestrige Konzert wurde abgesagt. Das gestrige Konzert wurde abgesagt. Dün konser iptal oldu. Wer hat recht? Wer hat recht? Kim Hakklu? Soweit ich sehen kann, hat unser Geschichtslehrer recht. Soweit ich sehen kann, hat unser Geschichtslehrer recht. Gördüğüm kadarıyla Tarih öğretmenimiz Hakklu. Es gibt niemanden, der recht hat. Es gibt niemanden, der recht hat. Hakklu Kim Se-yok Präsident, haben Sie Fragen? Präsident, haben Sie Fragen? Başka soru nos varme. Ich habe keine Fragen mehr. Ich habe keine Fragen mehr. Başka sorum yok. Werden Sie fortfahren? Werden Sie fortfahren? Devam edecek misiniz? Was machst du heute? Was machst du heute? Bugün neapodjaksen. Ich werde heute Urlaub haben. Ich werde heute Urlaub haben. Bugün taatil jeapodjom. Heute gehe ich einfach ins Bett. Heute gehe ich einfach ins Bett. Bugün taatil jeapodjom. Ich bin ein wenig krank. Ich werde mich ausruhen. Ich bin ein wenig krank. Ich werde mich ausruhen. Wie ist der Fortschritt des Projekts? Wie ist der Fortschritt des Projekts? Projenin ilerleme durumu nedir? Das Projekt ist fast abgeschlossen. Das Projekt ist fast abgeschlossen. Proje nere deise bitmek üzere. Wir machen Fortschritte. Aber wir brauchen noch vier Wochen. Wir machen Fortschritte. Aber wir brauchen noch vier Wochen. Wir brauchen noch vier Wochen. Aber wir brauchen noch vier Wochen. Es gibt mehr Kontrolle. Ich möchte noch vier Wochen. Wir brauchen noch vier Wochen. Wir brauchen noch vier Wochen. Fürstmarissz auf demôn Soku. Vielen Dank.